hallo 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 einen wunderwunderschönen guten abend wünsche ich dir heute mal zu ganz später stunde wir haben schon 23 uhr mal schauen ob wir hier noch so ein paar nachteulen haben die vielleicht nicht schlafen können weil ja vielleicht beschäftigst du dich ja damit einen seelenplan zu entdecken und das bereitet ja gerade kopfschmerzen oder schlaflose nacht oder wie auch immer ich wollte eigentlich schon zu bett gehen aber ich habe gerade noch eine whatsapp nachricht gehört von einem meiner akademiker die bei mir in der akademie sind die ein längeres programm da machen um nicht nur den seelenplan zu entdecken sondern daraus auch den seelenberuf zu kreieren und das so auf ein stabiles fundament zu stellen dass dann eben auch die geldenergie fließt genau und da war ich jetzt noch mal hellwach und habe mich so gefreut über diese nachricht habe ich gedacht ich gehe doch noch mal noch mal live hier in die gruppe und wollen wir noch mal ein paar gedanken mit dir teilen wie du überhaupt davon profitiert oder was du überhaupt davon hast wenn du deinen seelenplan entdeckst und vielleicht fragst du dich ja auch wie ich jetzt überhaupt auf die idee komme das wissen weiter zu tragen oder dir zu helfen eine anleitung zu geben wie du deinen seelenplan entdeckst ja dazu wollte ich mal noch ein paar worte mit dir teilen vielleicht bist du ja neu hier in der gruppe und kennst mich noch gar nicht also deshalb vielleicht mal noch mal so ein paar worte zu mir mein weg begann 2005 war das da habe ich die mentalen gesundheitspraxis kraft können selbst gegründet war damals im öffentlichen dienst habe das nebenbei gemacht bei der mentalen gesundheitspraxis kraftquelle selbst ging es einfach darum wie der name ist schon sagt die eigene kraftquelle selbst zu entdecken das eigene potenzial zu entdecken ich habe das damals mit so ganzheitlich unter dem tenor seelenplan gesehen und da haben viele aspekte mit eine rolle gespielt ich habe es immer schon ganzheitlich gesehen den beruflichen den privaten und auch den gesundheitlichen aspekt und was ich in den anfängen mir sicherlich nicht vorstellen konnte dass ich auch mal eine akademie gründe und da menschen wirklich da abhole wo sie gerade stehen und wirklich dorthin bringen indem wir den seelenplan entdecken und für diejenigen die dann den schritt weiter gehen wollen auch den seelenberuf kreieren ganz viel mindset arbeit natürlich statt zwischendrin auch miteinander leisten leisten klingt ja zu heftig und fällt kein anderer begriff zu ein also das mindset auf ein anderes level bringen vor allem auch das geld mindset auf ein anderes level bringen und dann eben auch mit seinem seelenberuf haupt oder nebenberuflich wie du das eben möchtest geld zu verdienen und das sind so dinge die dinge die mein weg waren wie bin ich dazugekommen mentalen gesundheitspraxis kraftwerke selbst zu gründen einfach aufgrund meiner eigenen 30 jährigen odyssee an lebensgeschichte wo ich auf der suche war nach dem sinn meines lebens und ja so verschiedene herausforderungen hatte gesundheitlich vor allem aber auch beruflich privat war es jetzt weniger die herausforderung aber beruflich und vor allem gesundheitlich hat meine seele mir schon so einige botschaften geschickt und aufgrund meiner eigenen suchen nach hilfestellungen habe ich dann verschiedene ausbildungen und sowas gemacht aber das sind alles so dinge meine ganzen ausbildungen und zertifikate und was ich da alles im laufe der jahre gemacht habe das liegt mir im grunde genommen fern sowas aufzuzählen zum einen wenn ich mir mentoren suche die mich begleiten dürfen und ich habe ja bis heute mentoren ich werde auch wohl mein leben lang mentoren an meiner seite haben in der zukunft ist nämlich einer der gravierenden fehler ja den ich die erste zeit gemacht habe dass ich so vieles alleine versucht habe es hat alles verändert als ich wirklich zum ersten mal in mich investiert habe und mir einen mentor an meine seite geholt habe inzwischen sind es mehrere und mir seither auch immer vorstellen kann ohne mentor zu sein weil das ganze leben ist entwicklung ich möchte mich weiterentwickeln und ich höre ja auch wird irgendwann mal auf die die pflanzen in der wohnung zu gießen und sagt hey ist jetzt genug wasser die wollen ja auch wachsen und wasser bekommen und so das ganze leben ist ja letzten endes wachstum und es geht darum immer wieder dazu zu lernen und so die nächsten stufen zu erklimmen und es macht auch einfach freude so die eigene persönlichkeitsentwicklung so und wenn ich mir einen neuen mentor suche mentor mentor coach dann schaue ich auch nicht was hat er an ausbildung was hat er an zertifikaten und so gemacht sondern ich sehe den oder diejenige lausch auf mein herz und folgt da dem ersten impuls fühlt sich das gut an ist der oder diejenige genau die person die das jetzt von sich gibt die mir die hilfestellung geben kann die ich gerade gebrauchen kann die gerade mir hilft meine nächsten quanten sprung in meinem leben zu machen und dann entscheide ich mich dafür ohne zu überlegen was hat die dafür ausbildung oder sowas das sind dinge die mich persönlich noch nie interessiert haben mir ist es wichtig dass mein gegenüber weiß wovon es spricht und das ist viel viel hilfreicher als zu wissen wie viel zertifikate und ausbildung der oder diejenige hat weil das sind dinge die aus der theorie stammen ja wir brauchen keine ausbildungen und zertifikate um um anderen menschen helfen zu können sondern wir müssen im grunde genommen wissen wovon wir reden und das ist so der grund warum es mir persönlich auch fern liegt da so eine ganze latte von meinen ganzen ausbildungen und fortbildungen da irgendwo zu posten oder so dass wir es doch auf meiner homepage nirgendwo finden es hat alles aufgrund meiner eigenen lebensgeschichte angefangen ich werde mich immer weiterbilden werde mich immer fortbilden und wenn wir beide zusammen arbeiten sei es jetzt im seelenplan mastermind programm also diese vier wochen begleitung die jetzt einmalig am samstag 2 november beginnt vier wochen dauert ziel ist dass jeder teilnehmer am 30 november seinen seelenplan in der tasche hat schriftlich fixiert und auch in der akademie egal was bei meiner ganzen hilfestellung wirst du von mir nie dinge bekommen die ich nicht selber praktiziere die mir geholfen haben die mich weitergebracht haben also bei mir gibt es nichts aus der theorie sondern alles aus der praxis und zwar nur die dinge die mich einfach weitergebracht haben okay das dazu und warum ist es jetzt eigentlich so wichtig wie sehr kannst du profitieren wenn du denn überhaupt mal weißt was dein seelenplan ist wenn wir so vielleicht bist du ja gerade in der situation dass du spürst das was du jetzt beruflich machst ist nicht immer so ganz dein ding und dann gehen wir hin und schauen mal das ist so dass das übliche was könnte mir freude machen vielleicht hast du mal eine massage ausbildung gemacht oder irgendwie eine yoga ausbildung oder ja und sonst irgendeinem bereich irgendwie zertifikat gemacht oder interessierst dich für ernährung hast ernährungscoach nebenbei gemacht oder sowas dass ernährung vielleicht ein fäbel ist und dann gehen wir hin und überlegen wie könnte ich da nebenbei mir noch was aufbauen wie könnte ich nebenbei nebenberuflich einfach mir noch geld verdienen so wie ich das ja einst auch mal gemacht habe 2005 das thema ist und ich glaube viele von euch die hier in der gruppe sind weil das einfach bei mir auch so war oder ist dass ich sehr vielseitig interessiert bin mein thema ist nicht nur dir dabei zu helfen deinen seelenplan zu entdecken ich interessiere mich genauso für wildkräuter für gesunde ernährung für rohkost für vegane ernährung vegetarische ernährung für gesundheitliche partnerschaftliche themen berufliche themen also ganze palette wo mein interesse einfach gilt und ich liebe es im luxus irgendwo unterwegs zu sein ich liebe es aber auch ich sage es jetzt mal ökomäßig im wald unterwegs zu sein und auch mal eine nacht im wald zu verbringen und wirklich in der freien natur zu sein und ich bin auch jeden tag im wald unterwegs und mache auch so dinge dass ich mich mit den bäumen unterhalte und sowas und das ist einfach auch oftmals so die herausforderung wenn man so vielseitig interessiert ist man möchte ja nichts irgendwie auf der strecke lassen man möchte ja irgendwie alles integrieren und wenn wir dann aber hingehen und überlegen uns mit unserem süßen köpfchen das was ich jetzt beruflich mache ist nicht so unbedingt das was ich bis zu meiner rente machen möchte weil 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 aus unterschiedlichen gründen sei es dass mir der job zwar noch spaß macht aber ich vielleicht kollegen habe die mir weniger freude jeden tag hallo liebe irmgard die mir weniger freude jeden tag machen oder dass ich gemobbt werde oder keine ahnung der chef gewechselt hat hallo liebe evelyn warum auch immer und dann überlegen wir uns was könnten wir denn jetzt machen und mal beispiel gesunde ernährung ist ein thema man hat vielleicht auch schon ein zertifikat gemacht und dann überlegt man sich okay dann mache ich dabei da so nebenbei eine praxis auf und helfe anderen menschen dabei die ernährung zum beispiel umzustellen das sind dann so dinge die schon ein bisschen aus dem herzen kommen aber überwiegend vom außen gesteuert sind also vom kopf und das thema dabei ist dass dann all die anderen dinge die dich wirklich ausmachen hallo liebe beate die all die anderen dinge die dich wirklich ausmachen wo wirklich deine talente und fähigkeiten und deine interessen liegen was wirklich hier in dir drin ist in deinem herzen in deiner seele verborgen ist was also deiner mission wirklich deiner mission deinem seelenplan entspricht das lassen wir dabei außer acht weil wir es nicht erkannt haben und dann geschehen solche dinge hätte ich das wissen was ich hier jetzt weiter gebe 2005 schon gewusst als ich mich zum ersten mal nebenbei selbstständig gemacht hatte hätte das vieles vieles erleichtert ich hätte vieles auf ganz anderes level gleich stellen können auf ein anderes stabiles fundament stellen können das ist das was dann einfach außen vor ist wenn wir vom kopf her überlegen was könnte ich denn jetzt statt meinem jetzigen job oder zu meinem jetzigen job weil ich einfach nebenbei noch geld verdienen möchte was könnte ich denn da machen oder vielleicht bist du ja auch schon selbstständig nebenbei oder vielleicht bist du ja auch schon hauptberuflich selbstständig aber es läuft nicht so rund es läuft einfach nicht so rund so wie du dir es vorstellst und das hängt dann einfach damit zusammen dass es nicht zu 100% zu dem entspricht was wirklich hier in dir verborgen ist was wirklich gelebt werden möchte was ans tageslicht möchte was sich zeigen möchte einfach nenn es seelenplan früher habe ich es kraftquelle selbst genannt nenn es seelenplan kopier heißt ja entdecke und lebe deinen seelenplan so und wenn du dann wirklich mal entdeckst was dein ding ist was deinem seelenplan entspricht dann bekommst du nämlich klarheit und kannst die dinge die dich wirklich ausmachen damit reinpacken und zu einem wunderbaren ganzen formen und dann wirst du merken wie sich das blatt wendet wie plötzlich dann auch menschen auf dich zukommen manchmal auch fast wie von selbst wo du dich wunderst wo finden die mich jetzt hier natürlich darfst du dich auf eine gewisse art und weise zeigen und da gibt es auch systeme die inzwischen im jetzigen zeitalter ganz einfach zu implementieren sind ohne viel technik schnickschnack oder so das braucht man alles bis zu einer gewissen größenordnung brauchst du überhaupt keine technik früher ging ohne homepage nichts aber das ist im grunde genommen überhaupt nicht notwendig erstmal mit einer homepage zu starten weil da ist einfach so das thema wie wirst du denn gefunden in nirvana des internets wenn du einfach mal eine homepage hast also das geht viel viel einfacher zu integrieren so und nochmal einen schritt zurück wenn du jetzt unter diesen aspekten hier herausgefunden hast was dich ausmacht was deinem seelenplan entspricht was wirklich deine expertise ist und die hat nichts damit zu tun dass du für diese expertise irgendwo mal eine ausbildung gemacht hast ein zertifikat hast dass du an die wand pappen kannst sondern das ist das was hier tief in dir drin ist wir sind hier nur so konditioniert ich kann damit kein geld verdienen weil ich brauche noch eine ausbildung ich brauche noch ein zertifikat ich muss noch eine anleitung dazu haben eine dritte person muss mir noch das ok geben dass ich das überhaupt weitergeben darf und solche dinge das brauchst du nicht das brauchst du definitiv nicht wenn du herausgefunden hast was hier in dir drin ist und das an andere menschen weiter gibst das ist deine expertise und das ist viel viel wertvoller als wenn du irgendwie dir vom kopf her überlegst was könnte ich machen und dann vielleicht noch ausbildungen machst und dann zwar ein zertifikat vorweisen kannst aber letzten endes überhaupt nicht wirklich weißt wovon du redest im überzogenen sinne weil das was dich ausmacht wenn du hier hereingespürt hast und herausgefunden hast was dein ding ist dann fließt das aus dir heraus dann wunderst du dich auch was da aus dir heraus fließt wenn du dich dann erstmal zeigst und deine wunschkunden deine traumkunden oder die menschen die deine hilfestellung in anspruch nehmen möchten so nach dem motto was haben andere menschen davon dass es dich gibt dann wunderst du dich auf welchen fundus du zurückgreifen kannst im gespräch mit deinem gegenüber um ihm da einfach zu helfen und das ist das wertvolle und das ist das was das ganze dreht wenn du statt vom kopf her dir überlegst was du machen könntest was du mit deinem leben noch anstellen könntest was dir freude bereiten könnte was dir wieder zu mehr lebensfreude verhilft oder auch zu einer besseren gesundheit schau mal wenn du viel von den dingen machst die dir wirklich am herzen liegen die wirklich dein ding sind was hat deine seele dann noch für einen grund dir disharmonien zu schicken hat da keinen grund mehr zu wenn du mit dir so im klaren und im reinen bist das bringt alles andere auf ein ganz anderes level du darfst das auch immer ganzheitlich sehen beruflich privat und gesundheitlich und das ist so der riesen vorteil wenn du auf die art und weise erstmal hier hinschaust was entspricht deinem seelenplan was ist dein ding was hast du eigentlich her mitgebracht wie so einen unsichtbaren rucksack den es jetzt auszupacken gilt und zu entdecken gilt und zu leben gilt und zwar auf eine art und weise wie du das möchtest sei es nebenberuflich sei es hauptberuflich und selbst wenn wenn du jetzt mit mir hier in vier wochen das programm durchläufst und am 30 november das ist mein commitment an dich beziehungsweise an diejenigen die jetzt hier am samstag mit mir starten selbst wenn du anschließend nur deinen seelenplan kennst und nichts draus machst das sind ja alles deine entscheidungen wäre vielleicht ein bisschen unklug weil er würde dich ja damit wirklich zufrieden stellen aber ich kann dir eins versprechen wenn du erstmal weißt was so in dir verborgen ist es wird dir es wird in dir brennen du willst dann deine expertise deinen seelenplan auch weitertragen weil das ist so ein gen das wir in uns haben wir wollen doch alle helfen wir haben doch so ein helfergen in uns vor allem als frauen insbesondere haben wir doch so ein helfergen in uns und dieses helfergen anderen menschen zu helfen oder muttererde den tieren den pflanzen was auch immer da so dein ding ist wovor du auch immer präferenzen hast dieses helfergen das kannst du voll auskosten mit all deinen fähigkeiten und talenten denn du deinen seelenplan entdeckt hast das bringt dein ganzes leben auf ein anderes level wenn du dir dann eben auch erlaubst das umzusetzen und den auch zu leben deinen seelenberuf zum beispiel dann auch einen späteren schritt daraus zu kreieren aber die basis die grundlage um es dir leicht zu machen ist immer das entdecken deines seelenplanes und darum geht es jetzt auch am samstagmorgen freue ich mich riesig auf die gruppe es wird eine kleine elitäre gruppe sein wo wir wirklich am samstag starten und jeden tag in lektionen in modulen werden die teilnehmer ja schritt für schritt bis zum 30 november da durchgeleitet und am 30 november hat jeder schriftlich seinen seelenplan in der tasche ja ihr lieben wenn du noch überlegst ob du dabei sein möchtest weil du denkst wir haben jetzt schon hallo liebe jacky wir haben jetzt schon november es sind gerade mal noch acht wochen bis zum jahresende und ich möchte dieses jahr mal zurückblicken nicht mit dem gedanken hätte ich doch nur und auch nicht mit dem gedanken jetzt ist schon wieder ein jahr vorbei und ich bin schon wieder keinen schritt ernsthaft weiter gekommen habe schon wieder eine schleif gedreht dann ist jetzt noch der zeitpunkt zu sagen hey ich entdecke jetzt meinen seelenplan bis zum 30 november habe ich ihn und dann schaue ich was ich daraus mache wenn das etwas ist was dich jetzt anspricht dann schreib mal eine persönliche nachricht und dann schauen wir wie wir uns noch in kürzester zeit zusammenfinden und mal noch kurz miteinander zu sprechen dass wir auch wirklich klar haben dass es auch für dich wirklich möglich ist also ich würde da dann schon gerne wenn ich oder jemand aus meinem team noch kurz ein gespräch mit dir führen ich möchte da wirklich in dieser runde nur die menschen haben die wirklich sich committen auch den seelenplan jetzt zu entdecken und auch die dinge wirklich umzusetzen und wirklich künftig ihrem herzen zu folgen sich ihr leben so zu gestalten wie es ihrem herzen entspricht und die aufhören wollen rumzudümpeln und das leben letzten endes an sich vorbeiziehen zu lassen und deshalb gibt es ein kurzes persönliches gespräch wo wir nochmal über alles sprechen aufgrund der zeitkürze werde ich das jetzt sicher nicht mehr alleine bewältigen können morgen sondern wird entweder ich selbst oder jemand aus meinem team dann am telefon sein wo wir dann eben über die details nochmal sprechen also schreibt mir eine persönliche nachricht oder kommentiere hier im im chat im kommentarfeld mit ich bin dabei dann kann ich mit dir auch über messenger kontakt aufnehmen und dann können wir uns ganz rasch noch miteinander verbinden und kurz abstimmen und klären wie du dann am samstagmorgen auch zu den seelen mastermindern gehörst in diesem kleinen bereich der akademie damit auch du dann eben am 30 november deinen seelenplan in der tasche hast ok ich schicke dir ganz liebe grüße habt ein gutes nächtchen bis dahin tschüss bis